wir können das hier was passiert dann geld und eine explosion noch mehr geld noch mehr explosion also wir kommen jetzt mit luigi fluigi meine ich auf diese seite hier aber wir brauchen wofür brauchen wir den luigi eigentlich brauchen wir den gar nicht den drecksack vor allem nicht in dieser ente hier man ich könnte jetzt schon wieder kurz sofort ich könnte jetzt schon wieder kurz ja warum es dreht sich nicht weiter es geht nicht was ist denn das ich kann mich nicht weiter nach oben drehen warum nicht jetzt alter nein 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 dann nehmen wir jetzt einfach mal okay das ist auch ein schlimmes level bis jetzt zum glück nicht schwer aber ein bisschen nervig hier ein juwel hinter ich weiß so ein bisschen aus als ob man die wand auch kaputt machen könnte so nicht zu nah genau lass mal los man kann doch bestimmt genau das gibt jetzt kein juwel warum nicht ich finde ich finde wir haben uns dadurch ein juwel verdient wir brauchen noch einmal den fußball fußball nehm doch den ball hallo ich saug doch wo ist das problem so geht doch mayo mal aber jetzt oh gott ja ja so ganz langsam aber sicher treiben wir in die richtige richtung okay oh schaut mal da oh gott wie sind wir jetzt hier noch immer im flipper oder was okay wir dürfen moment 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 wie machen wir das jetzt am besten oh nein 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 wir müssen eigentlich pusten oder ne das wird so nix wie machen wir das denn können wir uns hier festhalten oh knapp ja können wir um dann das tor hier genau hochzuziehen aber jetzt als ob jetzt hier kommt was 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 neu neu oh gott jetzt müssen wir auch noch oh ne wo sind wir jetzt achso ja ok immerhin hier hä aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden wie wir da durchkommen sollen boah das lebt die warum wären die etagen immer ätzender man ooooh ekelhaft nicht schön ooooh die werden echt immer ätzender die die etagen ich frag mich ich frag mich warum das war so cool das spiel mit voll geilen ideen voll geilen level jetzt wird es immer ätzender warum machen die immer sowas warum warum machen die sowas immer brauchen wir unsere taschenlampe um da durch zu kommen oder was brauchen wir müssen wir die blenden sollte eigentlich nix bringen wenn wir im wasser sind ne ja 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 das bringt nix müssen wir jetzt einfach nur schnell genug sein und vorbei jo alles klar ok vergiss es wie soll man jetzt hier noch vorbeikommen es geht nicht oh 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 mein gott ja 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 halt doch die fresse ey oh gott boah was ist das jetzt schon wieder für ne scheiße warum müssen die level immer ätzender werden man wir dürfen nicht oben lang weil oben ist es zu schwierig weil wir von diesen reifen so abbampen also so richtig krass hart abbampen dass wir keine chance mehr haben irgendwie zu reagieren das heißt wir müssen die erst nach oben locken und dann müssen wir äh unten vorbei anders geht es nicht anders wird es glaube ich nicht gehen hallo filo so wir müssen nämlich wir müssen die hier einmal hinlocken hier oben hinlocken und dann unten lang vorbei schnell oh nein falsche richtung oh gott oh gott oh gott schnell durch schnell durch schnell durch speichervorgang ja herrlich äh 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 oh 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 ah hier steht man aber wenigstens nicht sofort wenn man wenn man einmal von irgendwas getroffen wird alter diese ente nein nein das herz ich wollte das herz haben glück gehabt okay ach das ist noch eine ja wir müssen hier weg oh gott 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 so ja also keine ahnung ich glaube wir wir können das wasser nachher hier ablasten und die sachen dann auf den grund looten oder so so kommen wir hier nämlich nicht weiter so oh ja nach oben müssen wir hm 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 ja 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 ist okay wo bist denn du da bist du ey lass Fluigi in Ruhe der hat dir nix oh nein der ist ins wasser gefallen armer Fluigi ja geh ja aber wir brauchen eigentlich Fluigi ja gar nicht wirklich dafür oh wer bist du haha ja ja komm ja komm deine Popacken oh man der arme hier streck dir deine Popacken raus und so können wir ihn erwischen ja nimm das du warst keine wirkliche herausforderung au der kleine ist gefährlicher als der große blup das war's gute Arbeit können wir den nicht kaputt machen ähm dann drehen wir doch mal am Rad andersrum merkt irgendjemand einen Unterschied? nicht so oder? ok das geht nach hier oben hallo? du solltest hier aufmachen ja genau so ähm was passiert denn wenn wir äh äh das hier benutzen äh sind dann die Rohre werden die ne ach so ich verstehe Moment das ist jetzt nicht das hat jetzt nichts mit Wasser zu tun sondern wie wir die Rohre einstellen zum umleiten jetzt müssten wir nämlich wenn wir durchgehen nach rechts gehen und dann weil das der Fall nach oben nein nicht ah doch und jetzt nach oben genau genau dann einmal nach links um nach da zu kommen und nach oben um wohin zu kommen ah nein oh shit ok hier jetzt nach rechts und nach oben also ich weiß jetzt nicht so genau wo wir nach hier oben hinkommen deswegen probiere ich es einmal aus ah ne Moment wir müssen äh wie kommen wir denn ach so so kommen wir dahin ah aber da was macht das für ein Unterschied jetzt müssen wir den nämlich äh wieder nach rechts stellen äh also für meine Begriffe müssten wir den das Lenkrad nach oben nach links stellen und nicht nach oben aber was aber einmal ausprobieren was passiert wenn wir ihn nach oben stellen oh nein so kommen wir hier an ja und was passiert wenn wir den nach links stellen dann kommen wir doch auch hier raus das hä ok ich muss das einmal ausprobieren aber wenn er jetzt wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt dann muss ich einmal einmal testen so dann hier durch öh hallo Filu so ach mein Filu was soll das nein ach stopp ich bin auch doof nochmal zurück wir müssen jetzt mit Luigi nochmal den hier umstellen genau jetzt bin ich mal gespannt wo es jetzt lang geht ist das der gleiche Weg nein das ist der Weg ja gut ja gut aber yo immer noch überhaupt keine Juwele dieses Level ist doof es gibt so zu wenig Juwele ok jetzt müssen wir noch einmal ok hat sich halt überhaupt gar nicht gelohnt das einmal auszuprobieren ne ein bisschen ätzend aber ok dann müssen wir hier hoch den jetzt nochmal umstellen und dann kommen wir an den Knopf an den wir eigentlich von Anfang an hin wollten ja 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 so und futzen wir den hier nochmal aus ah nein ich bin doof mhm schon wieder vergessen den einen Schalter hier umzustellen genau okidoki so jetzt können wir mit Luigi nach oben um und 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 das bringt uns jetzt hier was? Genau? Äh? Pinöppel? Ah, Pinöppel. Ich verstehe. Okay. Pinöppel! Jo! Uh, der Müllentsauger. Jo! Aber wir können das Wasser so wieder runterlassen. Sehr gut. Yeah! Good job, Luigi! Yes! Sehr gut! Der Wasserstand ist wieder normal. Dann geh jetzt dahin zurück, wo du hergekommen bist und knöpf dir den Techniker vor. Machen wir! Nichts leichter als das. Oh, so viel Dreck. So viel Staub. So viel Geld. Ich möchte noch ein paar Juwelen haben. Geht das kaputt? Gut, wir haben ein bisschen komisch gewesen, ne? Mit einem Fußball. Aber, äh... Man weiß ja nie. So, die Truhe einmal aufmachen, bitte. Juwelen! Juwelen! Nein! Äh! Dieses doofe Level gibt uns einfach... Gönnt uns einfach keine Juwelen. Und Marcel, Lisa, Kitty und sowas. Was macht ihr alles so Schönes? Juwel? Wenigstens ein Juwel. Doch wir wollen wir diese Etage verlassen. Ey! Sag mal, Moment mal. Können wir hier irgendwie noch irgendwas bewirken? Nee, ne? Können wir? Können wir? Ich glaube nicht. Okay, in diesem Level... Wir haben erst ein Juwel. Yo, ey. Das Level ist halt von den Juwelen her gerade richtig Schrott. Zockt jetzt ein bisschen Rocket League. Okay. Nice. Oh, Luftballon. Luigi, da kommst du wohl nicht mehr weiter. Es wäre wohl am besten umzudrehen und den Techniker zu verfolgen. Was? Wie? Wie umzudrehen und den Techniker zu verfolgen. Dahin, wo wir hergekommen sind. Achso. Ja, gut. Kann natürlich sein, dass das IG da vielleicht recht hat. Aber auch nur ein bisschen. Und vielleicht. Okay. Den ganzen Weg geht zurück. What? Ey, ihr! Ihr! Aua! Ey, hallo! What the fuck? Ja, nimm das! Wo sind deine Geisterfreunde? Die, 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 die... Die schnappen wir uns nämlich direkt. Nein, unter. Ja, genau so nämlich. So nämlich. Jupp! Und irgendwo muss noch ein dritter sein. Wo ist er? Da ist er. Nein, den haben wir nicht mehr erwischt. Oh, noch einer. Oh, noch einer. So viele. Ah! Äh, 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 äh. Ah! Okay. Das müssten jetzt alle Haie gewesen sein. Ja, nice. So, jetzt ist die Frage. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Sich jetzt hier nochmal... Ach, genauer umzusehen. Um eventuell... Was bist du denn für ein Auge? Um ev... Hä? Äh, ist ja ekelhaft. Und was... Was... Was soll... Soll uns das jetzt was sagen? Ich würde nämlich gerne... Noch ein paar... Oh, da ist noch eine Truhe. Hier kommen wir... Luigi! Oh, ich kann fragen, wie kommen wir denn da dran? Aber wir haben doch Luigi! Ich glaube fast... Ich glaube fast... Genau für dieses Level hier werden wir... Später auf jeden Fall... Die... Sag mal schnell, wie heißen sie? Diese... Äh, was Igit da in seinem Shop anbietet. Diese... Äh... Dinger brauchen, die uns dann anzeigen, wo Juwele sind. Ich glaube, in diesem Level werden wir da nicht drum rum kommen. Oh, da ist noch ein Sparschwein. Oh, da ist noch ein Fisch. Oh. So war das auf jeden Fall nicht vorgesehen. Wie kommen wir denn an das Sparschwein hier dran? Mit dem Saugpinöppel? Ist das so gewollt? Nee, ne? Eigentlich nicht. Nö. Das bringt so alles nix. Damit ist das gewollt, oder? Macht den Scheiß kaputt. Ja gut. Ah, aber ich glaube auch... Ich glaube auch selbst, wenn wir getroffen hätten, hätte das so auch nix gebracht. Gut. Oh, noch ne Truhe. Oh, Moment. Wir brauchen den Ball. Oder? Ne. Oder ist das hier für... Ah, das ist für... Ah. Ah, gleich gibt's Essen, Philo. Ich mach mir gleich noch ein Energy. Und dann gibt's noch mal Essen für euch, ne? Yeah, das... So sollen wir an das Juwel... Wow, Fruigi. Einfach nur wow. So. Ja, und jetzt? Aha. Perfekt. Immerhin zwei Juwelen von sechs. Ja, immerhin. Okay, die Minen können wir irgendwie nicht einsaugen und wegschießen. Ja, wie machen wir das? Was? Okay, so schon mal nicht. Ja, was denn? Hä? Oh! Doch, mit Sachen beschießen. Was? Hä? Hä? Ja, geh doch raus. Was? Jetzt haben wir aber nichts mehr zum Schießen. Okay, Moment. Weil? Äh, merkwürdig? Dann sollen sie uns doch auch genug Sachen hier geben zum Schießen? Wenn das so gemacht werden soll? Boom. So, jetzt ist er nämlich ein bisschen gestunt. Jetzt blenden wir. Blup! Warum nicht? Hä? Hä? Okay, das funktioniert so nicht. Wollen wir das mit dem Saufpinopple machen? Na. Hä? Also, das ist ja schon mal ganz richtig so, oder nicht? Vielleicht mit der düster... Vielleicht dann noch mit der düster Lampe. Mal ausprobieren. Ja, tatsächlich. Okay. Ja, gut, 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 gut. Und jetzt taucht nämlich dann diese richtige Truhe auf, die wir dann auch looten können, oder? Ja, dafür haben wir uns doch ein Juwel verdient. Komm schon, Spiel. Spiel, komm schon. Als ob... Nein! Das Level ist aber auch geizig mit Juwelen. Ich raste aus hier. Hetzend. Okay. Danke. Hier haben wir... Uff. Okay. Ja, ja. Flüge stellt sich aber auch an manchmal. Wohin bringt uns denn das hier? Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Hä? Hier waren wir schon. Aber es gibt nur Geld. Geld. Das gibt aber nur Geld. Okay. Äh. Wir nehmen wieder mit, was wir kriegen können. Nur die Frage ist, brauchen wir diese... Ups. Brauchen wir diese Krabbenholzkisten, um irgendwas anderes zu zerschmettern? Ist das dafür gedacht, oder? Achso. Ja, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich hätten wir die jetzt hierfür ge... Hä? Hätten wir die jetzt dafür gebraucht? Nee, oder? Nee, nee. Das ist eine Leit... Aber yo! Weil die halt auch so ein bisschen weiß sind da, die Stellen an der Mauer. Ne? Sieht das so aus, als ob man die kaputt machen könnte. Aber das ist gar nicht so. So. Wir sind aber gleich wieder am Anfang. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz... Äh... Auf Toilette. Mir nochmal ein Energy machen und meinen Katzen was zu essen geben. Also bis gleich.